Es geht hier tatsächlich um das Video von Stefano Gericke, Mykonos 22 Aftermovie. Da sehen wir uns rein in die Masse. Oh, boah. Bin sehr gespannt, Stefan ist halt ein Goat. Es ist nicht in 4K, ich könnte kacken, Stefan, was soll das? Geil, ne? Geil. Also er schafft es wirklich, diese richtig hässliche Insel schön aussehen zu lassen. Hö, das habe ich gar nicht gesehen, wo war er denn da? Oh, I-Ratch. Deutsche Model. Oh, Amaz, so ein hübscher. Micky, so geil. Shrymax sieht wirklich aus, als würde er nicht zur Gruppe gehören. Und einfach hier gucken, dass er irgendwen mitnimmt. Oh, süß, Alter. Ja, sehr schön. Gutes Essen hatten wir natürlich wieder. Geil, geil. Unfassbar gut. Die Zigarren wurden geraucht. Es wurde getrunken. Schöne Aufnahmen einfach, wirklich. Sehr schöne Aufnahmen. Digger. Junge, John Michaelson höchstpersönlich, Alter. Mal ein Mykonos-Video, wo wir nicht zu hacken sind. Ich schwöre, ich glaube, Stefan Gerich hat nur I-Ratch gefilmt. Oh, ist das süß, Mann. Ja, geile Dance-Moves. Ja, geiler Shot, Stefan. Let's go. Holy shit. Oh, Junge. Geile, geil, geil. Unfassbar. Heftig, Digga. Ja, die Tordi ist auch mit da drin, natürlich, klar. Geiler Sprung hier von mir an der Stelle. Ja, unfassbar geil. Ja, ja. Auch unser Haus hier. Wir hatten ja beide Häuser. Richtig schön. Richtig schönes Video, Mann. So cool einfach, wirklich. Ey, geil, geil. Scheiße, Alter. Guckt uns an, wirklich. Also, einer besoffener und hässlicher als der andere. Unglaublich. Capcam, danke schön. Ja, Digga, der Oger läuft. Geiles Drading auch, ne? Ja, gute Song-Auswahl. Digga, die Sonnencreme, Junge. Oh nein, da war ich nicht dabei. Der Abhol-Sprites-Tag. 91 stand da gerade drauf. Junge. Ja, Digga. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr starkes Video, wirklich. Ja, Mann. Sieht nach Party, sieht nach Good Vibes aus, Digga. Was war mit mir da an der Stelle wieder los, Digga? Können wir mal ganz kurz Chat einmal vielleicht kurz den Promille, den Promille-Gehalt einmal ganz kurz in den Chat schreiben, damit ich mal ganz kurz abschätzen kann, für wie versoffen ihr mich haltet. Drei Promille, Digga. Neues Emote, Digga. Revi-Suff. Drei Promille, 2,5. Genau das ist es, Chat. Genau so und nicht anders. Geiles Video. No Joke. Leute, das war das Video aus Mykonos. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Sehr, sehr krass. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr krasses Video, Mann. Die gesamte Reihe war einfach nur Hammer. Unsere Gruppe war mega. Und danke da nochmal an Revi, an Marc, an Nico, dass ihr mich mitgenommen habt. Hey, Junge, Stefan, du bist Teil der Gang, du bist Teil des Teams. Du bist immer herzlich willkommen, Bro. Du bist der Allerbeste. Und man muss auch dazu sagen, Leute, Stefan Gerig, wirklich eine Maschine. Also Stefan Gerig ist ein Saufautomat. Stefan Gerig kann so viel trinken, wie kein anderer auf der Welt trinken kann. Dieser Typ, Digga, ist wirklich einfach eine absolute Maschine, was das angeht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so standfest steht, wie Stefan Gerig am Glas. Ehrlich jetzt. Revi einfach am seltensten zu sehen, weil ich nämlich nicht trinkfest bin. Weil Stefan Gerig, stell dich mal vor, diese ganzen schönen Szenen und mittendrin eine Szene, wie ich am Boden liege. Das passt nicht, Chat. Ich glaube, Stefan Gerig könnte sogar Trimax unter den Tisch trinken. Wirklich jetzt. Wenn ihr gesagt habt, Stevie, komm ruhig mit. Und jetzt hier ein riesiges Dankeschön an den Sponsor dieses Videos. So. Und zwar an Skillshare. Und das schauen wir uns jetzt sogar noch zu Ende an, Chat, weil ich nämlich auch Stefan einfach gönne. Heute hätte ich die Reise und dieses Video nicht machen können. Deswegen vielen Dank für eure Unterstützung. Skillshare ist eine Plattform, auf der ihr tausende Online-Kurse finden könnt. Aus allen möglichen Bereichen, sei es Marketing, Videobearbeitung, Fotobearbeitung. Actually sehr stark. Also alles, was, glaube ich, uns auch interessiert. Deswegen habe ich auch einen kleinen Lied für euch in der Videobeschreibung. Wie ist der Link? Gönnt Stefan, meine Freunde. Gönnt Stefan. Ich mache das bei niemandem sonst. Skippy Placements immer bei Stefan. Was ganz anderes. Gönnt dem Jungen absolut rein. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Ich habe ein... Jetzt gehen wir mal raus hier. Schöne Grüße an alle Leute. Stefan, ich küsse dein Herz, Digga. Ich küsse deine... Ich küsse deine Nieren. Ich küsse dein... Oh, Schloch, Diggi. In diesem Sinne, mein Jutzer, mach's gut. Tolles Video. Kuss geht raus. Check Stefan Gerig aus. Peace.